Hallo zusammen, in der neuen Büro Bewegungslektion oder in der Kolumne ist es gegangen um die Entspannung. Nach dem Sport und im Alltag und aus dem Grund habe ich heute etwas, was Sie nicht zuschauen müssen, sondern können zuhören. Ich bitte euch, es bequem zu machen, einen Ort zu suchen, wo es euch angenehm ist und das geht im Sitzen oder auch im Liegen. Und wenn du es dir jetzt bequem gemacht hast, kannst du die Augen jetzt oder später schliessen, deine Beine bequem, die Arme in eine angenehme Position bringen. Ja, du kannst es bequem machen. Und während dieser Reise immer wieder bequemer machen. Deine Aufmerksamkeit in den Körper hineinbringen, hinein schauen, hinein fühlen und hinein hören. Alle Wahrnehmungen von aussen, Geräusche, meine Stimme, kannst du hören und gleichzeitig unwichtig verblassen lassen. Entspannen, die Aussenwelt wird unwichtig verblassen lassen. Entspannen, einfach einen Moment ausrufen. Und gleichzeitig beobachten, wie sich der Körper anfühlt, wie der Körper am Boden aufliegt, die Stimmung, die jetzt in deinem Körper wohnt. Und die Gedanken beobachten, Bilder beobachten. All die vielen Gedanken, alles, was sich zeigt, wie immer es sich zeigt. Sich einfach vom Boden trägen lassen, von der eigenen Atmung bewegen lassen lassen. Und gleichzeitig die Lassenheit wohnen, den Körper. Die Aufmerksamkeit im Füssen, die Aufmerksamkeit im Füssen, spüren, wie die Fersen am Boden aufliegen, und die Waden. Und in dein Knie. Und weiter die Oberschenkel, innen, oben und aussen. Die Auflagefläche von den Oberschenkeln. Und die Auflagefläche von den Oberschenkeln. Und vom Gesäss und vom Becken. Das Becken sicher vom Boden trägt. Und die Auflagefläche von den Oberschenkel, die sich trägen lassen. Und mit der folgenden Ausatmung bewege ich ja vielleicht noch mehr Entspannung. An einem eigenen Ort. Mit eigenen Gedanken. Entspannen. Und gleichzeitig. Deine Aufmerksamkeit in den Rücken bringen. Die Wirbelsäule mit dem schönen Bogen. Von der Lendenwirbelsäule, der deutlichen Auflagefläche von der Brustwirbelsäule, der Schultern, Breit und Reit, Schultern und Arme, Entspannung bis in die Hände und in die Fingerspitzen. Der Bauch und der Brustkorb in Bewegung, im Rhythmus vor Atmung, einfach und natürlich im Fluss vor Atmung. Die Menge ist tief, die Menge ist leicht, der Fluss, Bewegung, das Weite, Entspannung. An einem eigenen Ort, mit eigenen Gedanken, Entspannung und gleichzeitig die Aufmerksamkeit im Rücken, Wirbelsäule, mit dem schönen Bogen von der Lendenwirbelsäule. Mit der deutlichen Auflagefläche von der Brustwirbelsäule, der Schultern, Breit und Reit, die Schultern, die Arme, Entspannung bis in die Hände, Entspannung bis in die Fingerspitzen. Und der Bauch und der Brustkorb in Bewegung, im Rhythmus vor Atmung, einfach und natürlich im Fluss vor Atmung. Menge ist tief, Menge ist leicht, der Fluss, Bewegung, Weite, Entspannung. Dann die Aufmerksamkeit in den Punkten, wo der Kopf aufliegt, der Kopf am Boden dreht, sicher dreht, sodass der Hals entspannen kann. Und der Hinterkopf angenehm, entspannt, Stirn glatt, das Gesicht weich, entspannt, die Augen, die Wangen, die Lippen, Der Gaumen, weit, weich, und der Kiefer entspannt. Und dann die Aufmerksamkeit in den Punkten, wo der Kopf am Boden aufliegt, der Kopf vom Boden dreht, sicher dreht, sodass der Hals noch mehr entspannen kann. Und mit jeder Atemwelle einfach und natürlich Ruhe, Energie durch den Körper fliessen und strömen lassen. Durch das Brustbein, den Bauch, das Becken, durch die Beine, bis in die Zebenspitze, fliessen, strömen, durch den ganzen Brustkorb, Arme, Hände, bis in die Fingerspitze, Hals, Hals, Gesicht, Kopf, bis in die Haarspitze. Gleichzeitig einfach einen Moment ausruhen. Einfach hier sein, sich ausruhen und neue Kräfte sammeln. Mit diesem ganz besonderen Gefühl vom Wohlbefinden, das Angenehme passieren lassen. Und die Atmung kann langsamer werden. Atmung kann tiefer werden. Natürlich fliessen und strömen, beobachten. Jede Ausatmung fliessen, strömen, ruhen. Genauso viel Entspannung wie heute, wie jetzt möglich ist. Genauso viel, wie angenehm ist. Durch den Körper, in alle Muskeln, Bänder, Sehnen, Gelenke. In alle Blutgefäße, Nerven, in alle Organe, in jede einzelne Körperzelle. So, dass der Körper sich erholen, nähren und regenerieren kann. Durch den Körper, einfach, leicht, natürlich, fliessen, strömen und gleichzeitig Entspannung. Wohlbefinden und passieren lassen. Und es ist gut zu wissen, wie einfach es ist, das besondere Gefühl vom Wohlbefinden und der Entspannung wieder zu finden. Immer in der Nacht, während dem Träumen, am Schlafen und dann auf eigene Art, mit eigenen Worten und eigenen Bildern, in eigener Zeit erholen und Kräfte sammeln. Immer während dem Schlafen, am Träumen, am Nachtträumen, am Tagträumen, für eine lange Weile ausruhen, erholen. Und darum ist es einfach, sich vorzustellen, wieder zurückzukommen, wieder zurückzukommen in deinen Raum, in die Zeit, mit Kraft, Gelassenheit und alles Angenehme mit zurückzubringen. Vielleicht von weit, vielleicht von tief zurückzukommen. Und zum zurückzukommen, tief einatmen, Hände und Füße kraftvoll bewegen, sich lang machen, sich strecken, nochmals tief einatmen, zurück sein und die Augen öffnen. Ich danke ganz herzlich fürs Dabeisein und hoffe, dass ihr einen Moment entspannen könnt. Und jetzt wieder bereit sind für den Alltag. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, dass ihr, wenn ihr im nächsten Video, wieder dabei seid. Danke viel, viel Mal fürs Nippmachen. Ciao zusammen.